die Aufgabe machen. Nein, kann er nicht. Doch, doch, normal. Normal, doch, doch. Natürlich. Doch, normal. Diese Sabotage-Dinge kann ein Post auch machen. Ach so, Sabotage schon, ja. Ja, ja. Hey, ich sag, ich sag, dass es Gruix ist. Wer ist Gruix von euch? Gruix ist Rohatz. Warum ich? Ja, das ist safe Gruix. Ja, du warst bei dem Hand auch nicht dabei. Du bist dazugekommen, wo alles vorbei war. Ja, weil ich... 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 Ich sag, das ist Gruix. Warum bin ich... Ich war oben rechts bei dieser Chemieaufgabe. Will hat doch gesagt, dass ich auch da war. Aber ich bin ja später erst gekommen. Ja, ich weiß ja nicht, ob du direkt da warst oder ob du da schon standest, Digga, weiß ich halt nicht, ne? Das habe ich nicht geachtet, Digga. Auf sowas achte ich da. Das Ding ist, wir müssen jetzt einvoten. Das Ding ist, wir müssen jetzt einvoten. Nein, wir müssen nicht. Wir müssen nicht, Digga. Wir müssen, wir müssen. Ja, stimmt. Nein, wir müssen nicht, Digga. Wir müssen nicht. Wir sind noch 1, 2, 3... Wir müssen, wir müssen. Warum willst du jetzt, dass wir kein Voten, Phil? Ja, ja. Wir müssen nicht. Wir müssen nicht. Wieso willst du, dass wir kein Voten? Skippen wir oder nicht? Ich sag, wir müssen nicht. Wir müssen Voten. Wenn wir auf... Wir müssen nicht, sag ich. Wir müssen nicht. Ey, nicht, dass ich wieder der Einzige bin, der votet. Skippen wir oder nicht? Ja, also ich hab gevotet. Ich weiß nicht. Ich würd nicht skippen. Ich sag nicht, was ich gevotet hab. Ja, aber sag doch, ob ihr gevotet oder geskippt habt. Ich hab gevotet jetzt, auf Phil. Ich vertraue euch nicht, man. Auf Phil, weil ihr alle gegen ihn gedingst habt. Wer hat jetzt wen gevotet, ihr Idioten? Ich hab Phil. Digga, ich schwöre. Ich schwöre. Krass. Das ist so süß. Ich hab es. Justino hat Phil gevotet. Wenn du mal redet, Roat so auf Phil, jetzt auf einmal voll. Ja, ja. Ist auch komisch. Justino hat Phil gevotet. Nehmt Roat, vertraut mir. Ja, Roat und Phil. Was wollt ihr von mir? Ja, okay. Ja. Wieso geht ihr auf Phil? Hä? Das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, aber... Ich hab auch Phil gevotet. Ey, ganz kurz. Ich auch. Ganz kurz. Ihr müsst ausmachen. Ey, ihr müsst ausmachen, ob man sieht, ob man Impostor war oder nicht. Das muss man ausmachen. Da gibt's keinen Sinn. Ja, weil, Chats, sag mir jetzt nicht irgendwas mit Dings. Ich wusste, das war einfach nicht klar, wer was gevotet hat. Das war das große Problem. Niemand... Ich wusste nicht, wer wen gevotet hat. Deswegen dachte ich, ich kann das ausgleichen, indem ich ihn vote. Ich wusste aber nicht, dass so viele Leute ihn gevotet haben. Mach doch Skippen. Ah, egal. Okay. Nice. Ja, nice. Phil sperrt mich ein, Digga. Also wirklich, Phil. Die laufen auch nur zusammen rum, Digga. Wieso aber den Kollegen? Weil ich dachte, das gleicht sich aus und dass dann niemand gevotet wird. Deswegen. Digga, die laufen die ganze Zeit zusammen rum. Digga, wen wollen die verarschen? Irgendein Typ, wenn das nicht Rohat war, dann weiß ich auch nicht. in diesen Ding getötet. In dieser ganzen Masse. Das kann nur Rohat gewesen sein. Das kann nur Rohat gewesen sein. Digga, ich hab gerade, seid mal ruhig, seid mal ruhig. Ich hab gerade Phil gevotet, der Imposter war. Niemals hast du ihn gevotet. Niemals hab ich, wer hat vorhin Phil gevotet? Sag mal, wer hat vorhin Phil gevotet? Ich. Ich. Simon? Und wer noch? Und ich. Nein? Also Rohat, dann ist es Lloyd. Einer von euch lügt, weil ich hab Phil gevotet. Ja, ja, Leute, Leute, Leute. Leute kann es gar nicht sein, weil Leute waren mit Simon unten. Irgendeiner muss cappen, weil ich hab Phil zu 1000% gevotet, als letztes. Ich auch. Ich bin gelaufen mit Litecoin und Lloyd richtig lange zusammen und dann kam Rohat dazu, wir sind zu der Aufgabe gerannt. Digga, es war in der Menschen... Also es ist Ende der Rohat, Leute. Digga, bist du lost? Es war in dieser kompletten Menschenlänge. Ja. Wir standen alle eben da und alle auf einen Punkt. Wo war denn die Leiche gerade? Guck mal, Simon ist in uns drin. Simon ist safe. Simon ist safe. Wo will er safe sein? Hä, weil ich kann dir genau sagen, was du hast. Warte, warte, warte. Simon war nicht dabei. Manolo, der wurde genau dort, wo wir alle sind, getötet. Ja. Wir sind alle gerade da. Ich bin auch da. Ich glaub, dieser Justino ist es eher, weil er mich... Ach, Bruder. Ich denk mir halt einfach, du gehst zu heftig auf mich, dass ich mir denke, ich hab ihn komplett in der Menschenmenge getötet und du sagst, du bist vorher mit dem rumgelaufen. Ja, was juckt denn vorher? Wollt ich dir sagen, warum? Weil du, Bruder, vielleicht ist es auch absolut falsch, aber wir laufen zu dritt und Rohat sieht uns zu dritt und bleibt auf einmal stehen, überlegt und verfolgt uns dann und dann stirbt wer, Bruder. Hä? Was laberst du? Ich glaub schon, Digga, das Licht ist ausgegangen. Ja, ich glaub, Und dann normal gehen wir alle in die Richtung. Okay, Leute, es ist... Ey, ich glaub, halt mir mal zu. Halt mir mal zu. Leute, es ist auf jeden Fall. Er wollte jetzt die ganze Zeit auf mich gehen, obwohl ich definitiv nicht war. Simon ist safe nicht. Leute, es ist dann. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ich bin's, Simon. Weil ich hab... Weil ich hab die Lichter gemacht. Ich war der Erste bei den Lichtern. Wir können jetzt... Nur auf... Wir können reden. Guck mal, Simon. Ich geh jetzt mit dir auf Lloyd. Wenn es Lloyd nicht war, muss es Rohat gewesen sein. Nein! Ja, aber ich hab Lloyd... Ich hab Lloyd gewohntet. Nein, das ist Simon. Das ist nicht... Manolo, es ist einfach... Ey, Jungs, ich weiß es nicht. Ich kann meine letzten Taschen sagen. Soll ich meine Taschen sagen? Ich hab oben so einen Schlüssel, muss ich irgendwo reinstecken und den umdrehen. Das war mein letzter Task. Ganz oben in diesem... Ich weiß es nicht. In diesem Hauptcenter. Habt ihr jetzt Leute... Boah, es kann aber... Ich bin auf Lloyd. Ich bin auf Lloyd. Ich weiß nicht, Leute oder Simon. Das Ding ist, man kann aber auch... Wenn ich jetzt auf Simon gehe, dann ist es ein Skip. Aber das... Nein, nein, geh nicht auf Simon. Simon war safe, Bro. Ich bin's nicht. Ich bin safe. Wie soll das mit Simon gewesen sein? Wir waren zu dritt mit Litecoin da, wo diese Menschenmasse war. Boah, der ist komplett hoch gerade. Lloyd ist... Ich hab tausendprozentig Phil gewählt. Ich hab nur noch als Erster... Der Erster gewesen, der bei dem Lichtraum reingegangen ist und die Lichtern gemacht hat. Der Allererste. Also, Simon, ich sag dir so, wenn's Lloyd nicht ist, ist es Rohat. Ja, ja. Es ist Lloyd. Digga, ich glaub, entweder es ist jetzt Lloyd oder just Tino für mich, weil er mich so dingst... Es muss auch einer von uns drei gewesen sein. Ja, ja, normal. Es kann ja nur einer von uns gewesen sein. Ja, dann ist es safe nicht, Simon. Ich hab Simon gewählt. Ich bin's nicht. Guck mal, er hat mich gewählt. Das ist... Seht ihr? Ja, okay, Bruder. Okay, 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 okay. Wenn er es nicht ist, dann muss es Rohat sein, Bro. Es ist Rohat. Digga, was? Ich schwöre hier. Er nimmt es alle hoch. Ey, Simon, Simon, Simon. Oh mein... Ihr Wig... Easy win, Alter. Wer für... Wehe, Phil macht jetzt irgendwas. Ich warte die paar Sekunden ab und dann fick ich sie mal. Hä? Ich kann... Ich kann nicht dingsten. Die können auch nicht emergency drücken, die Idioten. Die Idioten, es ist doch Dings aus. Es ist doch Licht aus. Es ist Licht, es ist noch aus. Ich kann nichts drücken. Die sind so lost. Die sind so lost. Verdammte, scheiße. Junge, Mann. Jungs, Mann. Was macht du? Let's go. Ich wusste es, Bro. Einfach rum. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt, doch. Ich schwöre mir Gott, digga. Ich hab gesagt, digga. Ich hab's dir ungebrochen. Ich hab's dir ungebrochen. Ich hab's dir gesagt. Eigentlich ist es nicht, warum ich schwöre. Nee, zwei Sätze. Ich schwöre mir Gott. Warte mal so kurz. Irgendwo zu. Der Film bringt mich schon, digga. Ich schreie rum, digga. Roha, digga. Der hat mich von den Augen umgemacht, digga. Ich check erstens gerade, dass da auch Imposter war, digga. Ich check das Spiel gar nicht. Ich wurde so gehopst. Ich hab wirklich kurzzeitig gedacht, das ist Simon. Ich wurde richtig gehopst, Mann. Fuck. Digga, ihr habt's auch nicht gecheckt, dass man Emergency nicht drücken kann, ne? Nein, ich hab die ganze Zeit gedrückt, Bro. Ich steh die ganze Zeit da drin. Ja, weil man... Er hat schon gewonnen, er hat schon gewonnen gehabt. Das war schon vorbei. Hey, Jungs, wenn ich schon sage, das war Roat 100% und nächste Runde erholt mich. Wie kommt ihr auf Leute? Keine Ahnung. Ja, das haben wir auch nicht. Das wusste ich. Bruder, ich bin auf Roat gegangen, er hat auf einmal die ganze alle auf mich gelenkt. Ich musste, was Simon sagt. Hey, ich soll euch schöne Grüße gehören von Wurz sagen. Hätte Simon auf Roat getippt, ich soll nun größern Wurz und von Wurz. Okay, wer fehlt es, Jungs? Einer muss reconnecten. Ich, ich, ich. Achso, dieses Time to Vote aus mir aus hier, Digga. Ey, und die Toten, die müssen die Tasks fertig machen. Ihr bleibt immer stehen. Wollen wir jetzt ausmachen, dass man sieht, wer im Postal rauskommt? Ja, 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 das muss aus. Okay, wie macht man das aus? Perfekt. Genau. Wie machen wir das aus? Äh, müssen wir komplett neu starten. Ja? Äh, ne, ne, ich. Wichtern ist das, wenn du mal im Postal ist. Okay, das raus, oder was? Ja, ja, jetzt passen. Okay, ich starte. Mütet euch. Mütet euch, Allah. So. Es war so klar, Digga. Bitte find mich, bitte find mich. Bitte find mich, ja. Bruder, Slick Dog. Save Slick Dog. Ey, Manolo, ich hab genau gesehen, wer geteatert. Manolo, manolo hat gerade vor mein Auge gesehen. Save all Slick Dog. Jungs, Manolo hat gerade vor mein Auge gesehen. Save all Slick Dog. Halt's Maul, Digga. Jungs. Ey, bitte. Wer ist denn Slick Dog? Jungs, ich bin's. Ich bin's. Loco, ja, Bruder. Scheißegal, ich hab genau Slick Dog. Ich hab die beiden verbeugt. Ich guck die Slick Dog leuchten. Ich guck die Slick Dog. Haben denn Lloyd und Manolo schon gevotet, obwohl wir nicht mehr gesagt haben? Weil ich ihn gesehen habe, wie er ihn gequiet hat, Bro. Ich habe Slick Dog gesehen. Was glaubst du? Jungs, der Ding, der Manolo hat vor mein Auge rennt wieder dahin, Digga. Was schieb er in meiner Stimme? Warte, 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 stopp, stopp. Guck mal, das fühlt zu nichts. Das ist jetzt 50-50. Die eine sagt, der hat den gesehen, der andere hat den gesehen. Jamie, Jamie, reden wir mal ganz gut. Wir voten jetzt einen, wenn der jetzt nicht war, voten wir. Nein, nein, warte, Leute. Guck mal, Jamie, wir sehen eh nicht, ob er es war oder nicht. Aber Jamie läuft mit mir Slick Dog und grüßt runter. da. Jamie bleibt stehen. Ich gucke, Jamie kommt nicht mit, dann dachte ich, ich bin mit den Zwei, um safe zu sehen. Ja, ich bin mit SlickDog und Gruigs gegangen. Dann sehe ich, wie SlickDog mir entgegenläuft, weil ich die kurz verloren habe und ich finde ihn. Lass ich was dazu jetzt sagen? Jungs, ich hinsame mal zu der, äh, wie hieß der, äh, Manolo, war ganz dahinter, äh, äh, Manolo, äh, Ach, Manolo ist Arsch, sag ich mal schon, äh. Ey, die Zeit läuft ab, Leute. Es ist, es ist SlickDog, Jungs, wette bitte auf ihn, glaubt mir. Ich komm dazu, auf einmal, ach komm, Digga. Bruder, es war SlickDog, ich hab ihn gesehen. Wen habt ihr gevotet, wen habt ihr gevotet? SlickDog, SlickDog, alle. Zu viel TrashDog, ne. Ja, ja, es war safe SlickDog, safe Call. Oh, Bruder, ihr seid echt Hardware auf mich gegangen, ich sag dir ehrlich. Okay, wieder Mute. Digga, dieser Chaos, ich schwör's dir. Okay, Vielen Dank. Warum so gezögert? Mein Gehirn muss ja erstmal alles verarbeiten, Alter. Guck mal, wie die alle zusammen rumlaufen, Digga. Das macht keinen Sinn. Guck mal, wie die alle zusammen rumlaufen. Ah, Phil ist der Wichser, Digga. Phil ist, Digga. Ja, kurz die Task in zwei Sekunden gemacht, Digga. Ich sag... Kill ihn da drin, kill ihn da drin, kill ihn da drin. Das ist schlau. Oh mein Gott, der macht die ganze Zeit aus. Ah, weil er schon eingekirrt hat, Cooldown. Er ist so smart. Ich bin grad reingekommen, hab ihn gefunden und ich hab Zeugen dafür. Wie kommst du da rauf, Leitcoin? Weil Simon, du hast mit mir... Und Manolo. Also Phil war das, ja? Und Phil war der Erste, der runtergelaufen ist. Der ist erst mit uns gelaufen und dann ist er runtergelaufen. Jungs, ich sag euch ehrlich, ne? Jetzt mein wirklich ehrlich. Ihr habt gesehen, ich war's nicht. Und ich habe genau gesehen, wie Slickzock gekillt hat. Das heißt, wenn Phil das jetzt war, haben wir gewonnen. Aber ich hab keine Ahnung. Also, Simon, was laberst du für eine Scheiße, Digga? Ja, wir haben ein bisschen mit uns gelaufen und dann bin ich runtergelaufen, hä? Du bist erst mit uns gelaufen und dann bist du runtergelaufen. Ich hab nicht über dich gesagt. Nein, ich meinte Simon. Er ist erst mit uns entgegengelaufen. Mit Manolo und Lightcoin sind wir da gelaufen. Phil kam uns entgegen und ist nach unten gelaufen. Und wir sind hochgelaufen. Und dann sind wir alle eben. Und dann sind wir drei runtergelaufen. Guck mal, wie er sich rausredet. Ich hab ihn eine Million Prozent an uns vorbeilaufen sehen. Nein, Bruder, du laberst scheiße. Ich mein, das ist für Rüte auch ganz so. Das heißt, du laberst grad scheiße. Das ist für Rüte auch nicht da. Bruder, ich war bei den Lichtern und bin dann hochrechts gelaufen. Hab meinen letzten Tags gelaufen. Ja, ich auch, Digga. Ich bin auch da hingegangen. Ja, wir waren erst zu viert und dann war er weg. Guck mal, er sagt nein. Ich laberst scheiße, Digga. Es ist Phil, ich weiß nicht. Also was machen wir? Wir wollten jetzt. Ich wollte Phil. Okay, dann wissen wir es. Wenn es war, dann wissen wir es. Ich wote jetzt nicht. Wenn es wirklich war, dann wissen wir es. Digga, ich schlade es nicht. Manolo und die haben uns gelingt, Mann. Nein, nein, wir waren eben zu dritt. Ich hab doch schon im TikTok gesehen, wie er ihn gekillt hat, Bro. Ich bin legit. Ja, da kann es aber dann nur Phil sein. Phil oder Lightyear, Leute. Ich bin safe nicht. Da kann es nur Phil sein. Guck mal, und Phil hat mich gewählt. Was? Oder meine Scheiße, oder was? Bin ich gespannt. Let's go. Let's go, Baby. Aber wie er es durchzieht, meine Scheißlabe, sie hat voll den Held gekriegt. Also ich bin es, ja, aber du hast wirklich scheiße gelabbert. Nein, du bist erst mit uns gelaufen, wir waren zu viert. Doch? Dann bist du nach unten weggelaufen, eben zum Ende. Oder zum Ende, wie soll ich denn zum... Oder die Leiche lag, ich hab... Wen hab ich gekillt? Keine Ahnung. Oder die Leiche liegt ja schon mal seit Anfang der Runde. Ich kann da nicht mal durch, wo du sagst. Ich will jetzt endlich mal auf den Posten. Ich will jetzt endlich mal auf den Posten. Ich will jetzt endlich mal auf den Posten. Ja, la, kommt rein. Er kommt. Da steht, es ist voll, ne? Die ist voll. Ey, meine letzte Runde. Dekker. Wir haben einfach schon gestartet. Mute. Ja, ich bin nicht dabei, diese Lunge. Echt jetzt? Bist du nicht darin? No, no. Irgendwer hat zu früh gestartet, glaube ich. Okay. Ich dachte, da stand 8 von 8. Oh, alles gut. Spielt ihr in der Lunge. Ja, mach keinen Sinn. Ja, mach keinen Sinn. Scheiß drauf, Digga. Imo, Loli, kannst du mir rausmachen, Alter. Leute, hat vor meinen Augen Simon getötet. Nein, andersrum. Und genau, als ich gekommen bin, hat er es schnell selbst reportet. Ja. Jamie ist safe. Jamie war mit mir. Leute, hat direkt vor meinen Augen Simon geholt. Nein, Bruder, du bist so gut, Mann. Er ist reingekommen in den Raum und hat ihn geguckt und ich habe direkt reportet. Falsch. Digga, Phil, du Idiot, Alter. Du hast den Code geleakt, deswegen ist er nicht reingekommen. Ich habe ihn nicht geleakt. Doch. Ja, wer ist Olaf Schaaf, Mann? Hä? Ich habe die ganze Zeit Blackstune gehabt, glaube ich. Doch, Digga. Olaf Schaaf ist jetzt drin, Digga. Ja, aber trotzdem, Digga. Leute, er hat direkt vor meinen Augen... Leute, er hat direkt vor meinen Augen... Jamie, was sagst du? Was machen wir? Also, es ist definitiv... Ihr könnt ja danach mich rauswählen, wenn ich... Guck mal, wie er diese machen will. Ihr könnt mich danach rauswählen, wenn ich es bin, Digga. Ihr könnt mich danach rauswählen, wenn ihr seht, dass das nicht gewesen ist. Könnt ihr auch machen, Digga. Aber er hat ihn getötet und genau in dem Moment gekommen und dann hat er schnell... Nein, Digga. Den hast du gewartet, Mann, oder? Ich bin auf Lloyd gegangen, aber ich habe keine Ahnung, warum... Es ist Lloyd, 100%. Okay, okay, wählt mich raus. Wenn ich es aber nicht sein sollte, nimmt Phil. Ich sage es noch nicht, ob du es warst oder nicht. Aber was eigentlich mit Olaf Schaaf, was machen wir mit dem? Keine Ahnung, oder? Ja, scheiß auf den, Digga. Scheiß auf den Wichser. Lade den Discord ein. Habt ihr jetzt alle Lloyd gewählt? Ja, das ist los. Ich habe einfach Lloyd, ich weiß nicht warum, Bruder. Ich sage euch, es war Phil. Wählt Phil, wenn ich jetzt rausfliege. Wählt Phil. Okay, ihr werdet am Ende sehen. Boah, das ist richtig schwer, wenn man nicht sieht, wer das war, Digga. Guck mal, Lloyd ist auf mich gegangen, das heißt, das Lloyd war richtig. Ja, aber wir sehen das ja nicht, ne? Ja, aber ihr habt alle Lloyd, ihm gewählt und ich auch. Deswegen bleibt die einzige Chance, dass er mich gewählt hat. Verstehst du? Ich tue einfach so, als würde ich es verstehen, ja. Genau. Perfekt. Boah, ich sage euch ehrlich, es ist 5 Uhr, Alter. 5 Uhr, Chaos, Alter. Chaos. Mann, Digga. Okay, Rune war halt ein bisschen versaut wegen dem Olaf, aber... Das heißt, wir müssen ein neues Lobby machen jetzt, gell? Habt ihr nicht alle? Schön, schön, schön. Spielt ihr noch weiter, Digga? Ist schon richtig. Wichtig, wichtig. 5 Uhr, Alter. Ich glaube, ich gehe pennen. Ja, ich auch. 5 Uhr morgens, Junge. Das ist schon für vor, perfekt. Ich hoffe, ich bin ganz entspannt. Das Ende, ich muss in 4 Stunden arbeiten, Jungs. Fekt. Der Jungs hat Spaß gemacht. Haut rein, haut rein. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Adios, Adios. Adios, amigos. Leute, mach es gut, Bro. Adios, ich küssere. Jamie, mach es gut, Bruder. Egal, was will Danny um... Hm? Okay. Hm? Was will Danny um diese Uhrzeit in der P machen? Warum jetzt denn? Wer da... Ist der verrückt? Ist der gerade live? Ja, ja. Ist der auf dem Surfer oder was? Ja, ja. Ja, ist der wahnsinnig, was wir zum die Uhrzeit machen? Guten Morgen, Freunde. Mach es gut. Tschau, tschau. So, Junge, ich gehe auch auf den Discord. Jalla. Viel Spaß euch noch, ja? Jalla. Gute Nacht. Das ist richtig so. Das ist alles richtig so. Oh, nicht. Ich schreibe, was machst du denn diese Uhrzeit da? Ach so. Ich glaube, ich verstehe. Was macht der da, Chad? Boah, was geht? Was machst du denn? Mach du dir dumme Sau. Also. Das war von... Das war von auch so okay. Kein Backseat Gaming, du Sau. Irgendwie gehen meine... Meine Dings gehen nicht. Meine... Meine Hotkeys. Ich habe wieder kein... Wurde die gelöscht? Hilfe. So, zack. So. Jetzt bin ich mute aufm... Und ich... Mute bin ich das erste, wenn Leute da sind. Digga, Quentin. Quentin. 25 Subs. Digga, wer ist denn noch hier alles online? Komm, wir machen. Dafür, dass wir so selten Fortnite spielen, bin ich trotzdem ein Pistel. Digga, wir haben Schwitzen ist, Junge. Schaut ihn euch an, Chad. Digga, Tastatur, hast du mehr einfach. Und aufm... 20er-Pinion. Jo, nice. Komm, wir machen. So, dass ich... Ich geschlafen bin. Ja. Viel Spatman. Komm, GTH schreit verpissig, Digga. Dieser Server ist doch tot um diese Uhrzeit. Digga, ich bin aber null müde. Bruder, er spielt... Digga, es ist 5... Überleg mal, Digga. Es ist 5 Uhr, Digga. Und der Junge hat nichts Besseres zu tun als das hier. Digga, er meint doch richtig ernst, Digga. Er spielt um sein Leben. Er spielt gerade World Cup, ne? Digga, er spielt um sein Leben. Warum hat er meinen Stream offen? Es ist 5 Uhr, 3 Uhr, 3 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr. Warum? Ich bin begeistert, Bundesliga, bisschen Dingsen, Abend, Männerabend, wisst ihr Bescheid. Ähm, ja, guten Nacht. Gute Nacht. Jo, nice. Gute Nacht. Dankes an ihr für den Host. Moin alle von Sid. Ich hoffe euch geht's gut. Jo. Digga, es ist 5 Uhr, Junge. Ja, so krass fand's das Saga, äh, Saga. Ja. Saga-Album, Saga-Album. Stimmt, ich muss Bitch machen. Oh, warte mal. Warte mal, ich hab noch, oder? Du musst auch noch einen Screenshot machen, Bro, mit Zuschauerzahlen und so. Ey, Digga, ich hätte das eigentlich schon am Freitag machen müssen. Euhm. Euhm. Uhm. Pula, Digga. Hmm. Euhm. Äh, ja, nice. Äh, ja, nice. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. So, äh, äh. Äh, äh, äh. Auch professionell. So, Chat, ähm, ich stell euch die, äh, App Spitch vor. An die Leute, die sich fragen, was das ist. Das ist ein, äh, Fußballmanager. Hold on. Okay, mit welcher Liga gehen wir rein in Bundesliga? Guck mal, mit meinem Link, den ich jetzt in den Chat schicke. Warte. Äh. Ist das der richtige Link? Ja, ganz genau. Mit dem Link. Mods schicken wir dann öfter rein. Äh, kriegt ihr sogar 5%, äh, ne, 5 Euro. 5 Euro Startguthaben sogar. Wenn man sich anmeldet und so. So, hier ist Free-Teilnahme. So. So. Könnt ihr Platz 1 kriegen, 30er. Gewinnerpool ist ein Hunni. Das ist sozusagen wie so ein Fußballmanager. Und dann kannst du so ein Team erstellen. Wißt du, wie ich meine? So, warte. Ich mach mal hier alles weg, damit ich euch zeigen kann, wie das geht. So. 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 Ist eigentlich ganz easy. So. 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 Guck mal. Hier erstellt man sein Team. Okay, Chat. Ähm. Guter Torwart in der Bundesliga. Schießt los. Jalla. So. So. Trapp. Sag dir Trapp, guter Mann. Trab, sehr guter Mann, Digga. Da er kommt rein. Der Kahn? Oder er hier? Sag dir ehrlich? Sag dir ehrlich, Trapp ist billiger, Trapp muss rein. Aber das ist ja toll. Er detective machen. du? Okay, sehr gut. Innenverteidiger. Innenverteidiger. Also Verteidiger allgemein. Ramos. Oh, lass Ramos reinnehmen. Mbabu. Ist Mbabu guter Mann? Mounier? Ist der gut? Ui, der riecht. Okay, hier kommt man zu den ganzen Spielern. Gute Verteidiger. Er hier? Bruder, schau dir seine Stats an. Er ist der beste Verteidiger in der ganzen Bundesliga. Ihr wisst gar nicht. Knoche. Lacroix. Er ist gut. Gesperrt. Ja, nice. Gesperrt. Klostermann. Guter Mann. Hat gute FIFA-Stats. Also muss der auch gut sein. Ähm. Jungs, Davis ist kein IV. Das ist egal, glaube ich. Das ist egal. Das ist Hauptsache nur Verteidiger. Max Hummels. Oha, Digga. 26 Millionen. Tschüss. Treib. Lienhard. Boah, Lienhard. Er ist der beste Mann auf diesem Planeten. Ihr wisst noch gar nicht. So. Ich habe noch 111 Millionen Budget. So, ZMs. Nkuku. Ist der gut? Boah, er ist der Bestspieler der Welt rein. Guretzka zu teuer, sagt ehrlich. Bellingham. Hm. Zakaria. Zakaria kann rein. Guter Mann. Joshua. Joshua kann auch rein. 60 Millionen haben wir noch. So ein 10 Millionen ZM wäre gut. Boah, er ist der Bestspieler der Welt. Er ist der Bestspieler der Welt. So schlecht das Team Kimmich. Digga, ist Kimmich nicht... Ich bin jetzt nicht so geisteskrank im Fußballgang drin, aber ist Kimmich nicht einer der krassesten ZM's? So, wir haben noch 50 Millionen ungefähr. Wir haben noch 50 Millionen ungefähr für alle Stürmer. Gute Stürmer, was sagt ihr? Keine Haarland oder so. Max Kruse. Max Kruse, Digga. Max Kruse. Guter Mann eigentlich. Das sind gute Männer hier. Hm. Ja. Max Kruse. Ich habe halt noch... Patrick... Patrick Schick. Bruder, er ist der Bestspieler der Welt. So, ich habe noch ein Budget von 18 Millionen. Hm. Marco Reus. Also, Chad, dieses Team, ihr könnt eigentlich nur gewinnen. Jetzt müsst ihr den Kapitän wählen. Kimmich. Bestätigen. Dann geht ihr auf Mitspielen, wenn ihr halt, äh, das machen wollt. Äh. Und dann, also ohne Einsatz jetzt, gibt es ja aber auch 10k Teilnehmer, äh, gewinnt, die Top 10 gewinnt for free dann, also kann man, hat man die Wahrscheinlichkeit, einen 10er zu gewinnen. Und mit dem Link im Chat, Mods, Link rein, äh, dann halt, äh, kriegst du sogar ein Fünfer geschenkt. Du machst die Ausschränkung von jeweiligen Spieltag abhängig, das ist auch true. Ja, ja, ja. Ja, moin. Einmal den Link reingeschickt. Okay. Das ist die App. Downloaden mit dem Link. Super. Okay, haben wir jetzt hinter uns. So. Oh, Alter. Was geht denn ab, Mann? Was seid denn hier noch wach? Guten Tag. Bist du nicht so, Sir? Ich hab dich gestern, äh, vorhin beim Boxkampf gesehen. Ich hab gekämpft. Ja, bin ich. Willst du auch auf die Fresse, oder was? Nee. Ach so, ja. Wollen wir den Boxkampf machen? Der Medic ist ja da. Nee, Bruder, ist gut. Wollen wir den Boxkampf machen? Sie haben bei uns Hausverbot, ich würde Sie bitten, das Gelände zu verlassen. Wie, ich hab Hausverbot. Ja, das haben wir Ihnen schon mal erklärt. Sie haben nach wie vor Hausverbot bei uns. Wie, Hausverbot, ich hab ja nix gemacht, Alter. Äh, Herr Bundeswähler, die sind Einheim-Güter. Ja, ich hab aktuell der Rang höchst im Dienst, bin, würde ich Sie bitten, das Gelände zu verlassen. Ja, ich hab auch ein bisschen, ein Spinnen. Sollte das nicht passieren, muss ich gleich auf die BW-Güter zu verlassen. Verdammte Scheiße, ich hau dich gleich, Junge, wer ist denn da mit, Mann? Komm mir nicht frech, verdammte Scheiße, wenn ich gehe, dann gehe ich schon, Alter. Okay? Äh, Medic, kennst du erstmal den Typen hier? Ja, du hast Hausverbot, Mann, am Arsch, Alter. Nee, nicht am Arsch, jetzt hat die Leitung beschlossen. Ja, die Leitung, Mann, die Leitung. Ey, scheiß auf die Leitung. Wichse. Was macht denn Dave hier, Digga? Sieh, Wichse! Sieh, Wichse! Sag, komm mal, komm mal krankenhaus, hol mich ab, Bruder. Ja, ich bin gleich da, Bruder. Bis gleich. Bis gleich. Ich werd doch dumm, Digga, halb sechs und wir spielen der P. Ich schwöre, selbst um fünf Uhr, Digga. Selbst um fünf Uhr therapieren die mich. Hm, hier ist ne Schmerzunge. Ey, hallo. Aber ich dachte ich auch. Ey, kannst du mir... Ja, natürlich, ich versteh's. Kannst du mir einen kurzen Schlag geben, wegen Kopfschmerzen? Wärchen. Oh, ich bin doch kampfenfähig, sorry. Ja, bitte. Ey, wie lange bist du noch kampfenfähig? Äh, drei Minuten. Mach, äh... Rechtsklickmuskel und Q und R-Muskel zusammen. Ah, okay. Was soll das, Alter? Yo! Hallo! Ich werd geschlagen, ich werd geschlagen, hallo! Ich werd geschlagen! Was soll das, Alter? Was soll denn das, Mann? Was schlägst du denn mich? Du Wichser. Jetzt reiß dich alle mal zusammen. Ey, mach gegen die zerbrettene Arme. Ey! Ja, rein, du Wichser. Ja, ich bin gedacht, im Kampf mit Zosa. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Bleib stehen, du schmieriger, Victor. Ha, Spaß, Bruder. Steig ein, steig ein, steig ein. Ich fick deine Mutter, Mann. Okay, wo müssen wir hin? Würfelpack. Würfelpack, okay, ja. Hey, Sosa. Ja, ja. Hey, wo bist du? Komm, Würfelpack. Bruder, ich hab das ja verrückt, ich hab keine Arme einfach. Wie keine Arme? Ja, das ist keine Arme. Wenn du sagst, dass Toppatrick, dann sieht er dann die Südana wieder Arme. Keine Ahnung, Alter. Komm, Würfelpack mit dem Mixer. Ja, okay. Yo! Yo, wer ist denn der kleine Motherfucker da vorne? Kommst du irgendwie doch klar, du Schwanz? So, ja, da. Steig aus. Was geht ab, Mann? Yo, wie geht's in Bundeswelle? Gut und hier. Ah, mir geht's auch sehr gut, Alter. Yo, wie heißt du? Wie ist die Graffrau? Lukas Winter. Wir sind... Und du? Mein Name? Ja. Äh... Benjamin. Sag ganz ehrlich. Ja, Benjamin. Benjamin Blümchen. Die Einhornmaske, die kenn ich. Die kennst du nicht, Mann? Die kenn ich. Die kennst du nicht, Mann? Die kenn ich. Ich kenn... Ich weiß nicht, was du machst. Soll ich meinen echten Namen sagen? Ja, sag. Mein Name ist Mr. Was geht Sie das an? Den kenn ich auch. Du bist sicher Mr. Misix, oder? Was? Mr. Misix. Kennst du den? Was? Meine Mutter geht anschaffen. Nein, das hat... Das hat der da gesagt. Ja, verdammte Scheiße. Er sagt, seine Mutter kocht und es heißt Wein. Hast du das gesagt, Alter? Negativ. Verdammte Scheiße. Was soll denn das, Mann? Ja, wie heißt du hier? Was? Wie du heißt? Ryan. Wie heißt der hier? Im Unterstrich SB8 spendet 10 Euro. Ja, verdammte Scheiße. Wer bist du denn, Mann? Wie heißt du? Bob. Bob. Was ein Life. Bruder, mach so weiter. Wie heißt du? Immer noch Bob. Was? Er heißt Bob, Mann. Bob. Und wie heißt der Typ da hinten? Einhorn-Gesicht. Keine Ahnung. Du hast doch halt mal kurz die Stellung, Mann. Ja. Vielleicht, wenn die Einhorn-Marke deinen Namen sagt. Ja. Wasser. Das ist Ed Sheeran, ja. Was machst du jetzt noch wach, Alter? Keine Ahnung, Alter. Ein paar Leute nerven. Warum ist eigentlich nur einhorn-Gesicht wach? Keine Ahnung, Mann. Ey, gib mir deine Waffen jetzt. Ey. Spaß. Was machst du eigentlich noch wach? Ich muss Befehl von Herrn Hort machen. Warum? Alles, was Herr Hort gesagt hat. Was hat er denn gesagt? Wir müssen alle Graffitis in der ganzen Stadt entfernen. Was? Ja. Und kriegen dafür eine Million. Alle? Alle. Was? Ja, verdammte Scheiße, Mann. Alles weg, außer ALX-Gang, okay? Okay. Boah, hat er gesagt. Alle Graffitis sind jetzt alle weg. Passt alle. Ich kann dir sagen, wie viel ich heute schon weggemacht habe. 602. 602? Graffitis habe ich entfernt. Ja, verdammte Scheiße. Wer ist denn dieser Schwanzhort, Mann? Der. 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 Alle ganz ruhig. Wer sei der? Wolltest du Herrn Hort nochmal entführen? Oh, was hat er gesagt, Mann? Ey. Hört sich nicht zu, oder was ist? Was soll die Scheiße, Alter? Lass mal ein bisschen rumgucken hier. Jo, hallo. Auf der 4? Was auf der 4? Hallo? Jo. Wo seid ihr? Äh. Äh. Würfelpark. Ja, wo? Würfelpark. Auf der 4. Ja? Auf der 4. Was ist 4? Ja, auf der 4. Nein, Mann, nicht mehr Würfelpark. Ja, wo aber? Ja, auf der 4. Ah, da. Ja, sicher, sicher, sicher. Jo, was schlägt's mich? Oder lass den Zivis hopsen. Äh, 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 äh. Ich so, es war ganz ruhig. Okay, dann ist es nicht festgenommen worden. Ey, nimm die Waffen runter. Waffen runter. So, Kollege. Deine Karabiner gehört mir. Ey, du Wichser. Deine Waffe gehört... Oh. Oh. Ich würde beide dippen. Jo, bedammte Scheiße, Mann. Er hat's aber so verdient, Mann. Bruder, ich wollte das gar nicht. Er hat's so verdient, Mann. Gut, hol mal Medic. Da liegt der Schmutz, Digger. Ja, was zieht der auch meine Waffen ab, der Idiot, Alter? Ey, was machst du? Du sagst, was ist los? Weil ich ziehe den Kollegen runter dem Boden. Ja, das war... Das war aus Versehen. Das war aus Versehen. Das war aus Versehen. Er hat mir meine Waffe abgenommen. Und... Und dann wurd's halt automatisch auf meine Taschenlampe und ich wollte ihn halt nur nochmal normal boxen, weißt du? Äh. Hey, du den Preis noch weiter, ne? Jo, heil, Mann. Jo, jo. Habt ihr schon Medic gesucht? Nee, nee. Das ist Bryce. Bryce ist ein Depp. Dieser Bryce ist ein Depp. Schreibt mal, schreibt mal Dispatch-Jungs. Wer von euch hat dann Lust auf ein bisschen Action mit Helikopter? Was soll ich denn machen? Ja, weiß ich nicht. Soll ich in irgendeiner Fraktion hinfliegen und die nerven? Ja, verdammte Scheiße. Darfst du sowas? Ja, sicher. Bundeswehr-Helikopter, auf geht's. Ja, du stiftest da mit Fitna. Und? Wir machen eh bald überall große Razzien. In jeder Fraktion. Wo weißt du das? Oh, ich meine, wir machen gar nichts. Jo, was hast du da gerade gesagt? Nichts, nichts. Wiederhol dich. Sieht das andere Gesicht aus. Ich sag dir, wiederhol dich. Warum? Sosa, ich glaube, er hat genau dasselbe gesagt, was ich verstanden habe. Er hat gesagt, er pickt deine Mutter heute Abend, Alter. Hast du das gehört? Verdammte Scheiße, er auch? Das hat Bryce gesagt. Ah, auf Nindo, Platz 4. Das ist mein... Ihr kennt doch, kennen Sie Mr. Washcrack? Ja. Der wurde verhaftet. Alter Schwede. Dieser arme Typ. Und Rick wird extrem gesucht. Rick? Ja. Warum Rick? Weil er überall getrickt hinsprüht. Jetzt will Hort ihn so heftig rannehmen. Oh, Hachet. Und Olaf... Oder und Herr Schaaf hat auch gesucht. Olaf Schaaf? Ja. Wie? In Sprays. Verdammte Scheiße, man. Platz 1 bei den... Was war das nochmal mit den Razzien? Meisten Follower der letzten Tage. Hast du, ich hab nichts gesagt, das ist ein Buch verrat. Ich will das nochmal hören. Watchtime, Platz 2. Fuck Bryce, der weiß alles. Achso, das neue Follower. Ja, aber uns hat er nichts gesagt. Pitch-Rank, Platz 4. Bryce ist doch nicht so nützlich. Pitch-Rank, Platz 6. Und wir... Platz 8. Hort hat sich mit allem, was er hat, dagegen gestimmt, dass Bryce nicht eingestellt wird. Echt jetzt? Aber er ist doch eben wieder da. Ja, er hat ein paar Herren Stahl gelutscht. Und zwar richtig gelutscht. Dass er da wieder da ist. Der Bryce? Ja. Wenn er allen Fehlgritte oder irgendwas macht... Dann ist er wieder draußen. Für immer. Inein geleitet. Das ist ein Typ. Ja, nice. Und was geht bei euch so? X, Mann. Ich hab'n gehört, ein Kollege von mir ist jetzt in dem Start, Alter. Alter. Weiß aber nicht, wo der Wechsel ist. Morgen wird's so extreme Kopfschmerzen. Ja, verdammte Scheiße. Da drüben sieht die. Komm mal mit. Komm mit, Susan. Ich muss sich auch ein Stück weit wegmachen. Oder? Von dir bekommt er Angst, aber uns erkennt er nicht. Wo ist der? Komm mit. Komm mit. Komm mit. Dass wir zu morgen böse Kopfschmerzen geben. Digga, warum ist hier jetzt schon wieder... Scheiße auf dich, Bryce. Verdammte ist Scheiße, Mann. Bewegt dich mal, du Arschloch. Ja, ja, ich komme. Wo ist denn der Wichser? Da vorne, da vorne. Wo? Der ist da vorne bei der Bank. Wo weiß ich denn das? Mit Breitenberg, weil mein Kollege hat ein GPS dabei. Und da vorne ist der angezeigt. Ja, die sind durchgezogen mit dem Lambo gerade. Hey, Mann, der hat sich gerade von den Clown. Das ist im Arsch, Mann. Oh, sorry. Oh. Du kleiner Bengel, einer dreckigen, verfluchten... Bastard. Äh. Ey, Bryce hat noch mein Karabiner, er soll mal geben. Wieso hat die die? Ja, weil er dich vorher abgezogen hat, der Idiot. Alter. Ah, steht da vorne wieder? Ich weiß nicht. Nee, das ist der Kollege. Ich habe meinen Dispatch. Ich habe schon den Dispatch geschickt. Hallo? Joing. Was ist mit dem passiert da vorne? Ja, haben wir schon noch gesagt. Äh, was denn? So, äh, ich bin ausgerutscht mit einer Taschenabwehr. Ist ein Kollege von mir. Ah, okay. Ja, gut. Aber können... Er hat vorher meine Karabinergewehr abgenommen. Können Sie mir das wiedergeben? Hm, ich darf ihn leider nicht durchsuchen, wenn er am Boden liegt. Ach so, ja. Wieso dürfen Sie das nicht? Sie sind doch glammter. Und trotzdem mache ich sowas nicht. Habt ihr zufällig ein schwarzes Fahrzeug gesehen? Ja, ein schwarzes Fahrzeug. Ich weiß gar nicht, was Sie jetzt meinen. Nee, 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 nee. Äh, ist so ein alter... So ein alter BMW mit einem Heckspoiler. Farbe schwarz. Verdammte Scheiße, Mann. Ich hab Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, was ich meine. Äh, äh, äh. Ja, du musstest Barretten einkaufen. Mal zu erinnern mal den Link von dem Splitch-Ding. Hat einer im Chat geschrieben. Ich flieg da mal los. Okay, hat er die Waffen. Na, wie geht's euch? Sehr gut. Ja, weissens, Mann. Ja, auch weissens. Aber hast du was zu essen, Mann? Natürlich hab ich für dich was zu essen. Gib mal bitte, Alter. Ich lutsche da rein. Nee, danke. Okay. Scheiße. Warten, wo fliegt er die ganze Zeit mit dem Heli? Darf ich dir einlutschen? Ja, komm her. Ist kein Medic da, oder was? Anscheinend nicht. Hä, lutschst du mir jetzt ein, oder nicht? Lass einfach zum Dings fahren. Nimm ihn hier hoch. Mach mal die Karre da vorne auf. Mach mal die Karre auf. Ich fahre ihn zum Medic. Ja, ich wollte ihn eigentlich mit Medic hierher bestellen noch. Machen Sie mal die Karre auf, bitte. Du stellst sie aber dann am MD ab, oder? Nee, nee, ich fahre hier wieder her mit ihm. Mach richtig auf. Geh mal, geh mal alle weg. Bruder, was spielst du da? Es spielt Tetris, chill mal. Verdammt. Was macht der da? Ich kann die Karre nicht aufspüren. Die geht nicht. Doch, Mann. Sie müssen... Oh, ein Moment, Hilfe ist unterwegs. Ja, perfekt. Leg ihn hin. Ja, wie lass ich denn den Schmutz hier runter? Einfach wieder... Einfach wieder ablegen. Tragen, genau. Dann, auf. Einfach wieder rein. Vielen Dank.